Oh mein Gott! Kitter! Jetzt alle, alle mal ein Herz drin haben, weil wir das erstmal pünktig sind. Hol doch erstmal Luft, du wehr! Na na na, Leute! Bruder, Sauerstoff ist im Leben eine A und O wichtige Information. Freunde, wir haben heute was Geiles vorbereitet. Und zwar soll ich sagen, ich will jetzt nicht viel reden, aber das ist also, ich erklär es einmal ganz kurz. Wer hat mich schummelt? Wer hat mich vor angefangen? Bruder, mach mal bitte einmal Rocky Musik, bitte. Bitte mach mal Rocky Musik, bitte. Was heißt das denn? Ja, Rocky Balboa, Junge, weißt du nicht, wer Rocky Balboa ist? Wer ist das? Wer ist das? Bruder, das war ein MMA-Kämpfer, Junge. Mach mal einfach Rocky Balboa, der gibt Rolls-Reus ein, ja? Geh mal zur Seite! Wärme wegmachen! Boah, bitte, ja. Freunde, was machen wir heute? Was haben wir geplant? Wir haben geplant Fußball-Match mit einer Baulig-Kugel! Wow! So läuft der Sammy auf Mallorca. Mallorca! 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 Hey, bitte, lass uns mal heute Freunde sein. Ohhhh! Ey, nicht auf die Heizung, nicht auf die Heizung! Ja, sei mal froh, dass ich mal neu bin, Junge, ja? Wir sind Stunts, Manns. Wir sind dafür geprüft. Wir sind eine Einheit. Wir haben alles wirklich abgesprochen mit dem Deutschen Verbund. Und deswegen will ich das FC fett. FC fliegender Welt fährt! Ey, jetzt mal umziehen! Ja, geh doch! Freunde, wenn ich, äh, wenn wir wiederkommen, sagt alle, Sammy der fliegende Holländer, weil er so dünn ist. Mach doch das Licht auf, du Fettschweiger, Alter, ja? Hä? Alle schreiben Sammy der fliegende Holländer! Sammy der fliegende Holländer? Jordan der gestrandete Nilpferd! Ahaha! Der gestrandete Nilpferd! Nenn das! Schick uns das auf Instagram! Mach was, grüßt, schick uns das auf Instagram! Hashtag Jordan der gestrandete Nilpferd! Ahaha! Ich liebe die Komas! Mit Augen zu, hab ich ein Bier getrunken! Ich will... ... was ich meine... Hahahaha! Und jetzt gehst du runterrück! Rückwrückwärts, putsch unzst in hier meine Dame oder? Hahahaha! Ja du Spasti! Okay, jetzt die Beine hoch. Okay, Freunde. Sag, ich bin da gar nicht mehr. Oh, du bist so fit, das weffst dich. Der ist zu fit, Alter. Wir machen drei Matches. Wer die meisten Matches gewinnt, ihr kennt das Prinzip, der hat gewonnen. Der Verlierer bekommt eine schöne Bestrafung. Oder ich, guck mal. Geh, komm mal mit, komm mal mit, vertrau mir. Geh mal hier hin. Man darf sich nicht sehen, jeder eine Minute. So, Freunde. Ich bin auf die Welt gekommen, um Liebe und Leidenschaft zu verbreiten. Ich bin ein netter, behalte eine Kappe dahinter auf den billigen Plätzen, Junge. Ich bin ein netter Mensch und meine Nettigkeit steht über alles. Und, Jordan, wenn ich ein Tor mache, werde ich immer ein Buh hören von euch, okay? Man, fress doch mal die Fresse. Freunde, Samis Vater ist süßtrömmig. Okay. Nein. Nein. Hast du davon, Bruder? Ah. Woll einfach an, Bruder. Drei, zwei, eins. Alter, das ist ja richtig, Bruder. Das ist hart. Ja. Ah. Ah, Bruder. Torwart. Ja. Bitte. Arf. Ah. Warum tut das denn so weh, ja? Füüüüü. Ey. Arf, Cristo. Joche, lo, bist du doof? Ja. Soll ich dir mal die Budi gegen den losspeisen? Nein, nein. Was machst du da extra raus, ja? Bruder. 3 zu 0 Der Türk spielt einfach unfair Guck mal, wie die los war Das ist der Jordan 3 zu 0 Ja, da war das Rennen Da war das Rennen Braut, wo ist das Schlagzeug? Ja Nein Bruder, ich schau auf alles Was denn? Nein, 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 nein Tschüss, nicht, nein Hör auf damit 4-1 Was machst du denn? Ich weiß es nicht Jordan Ah, Bruder Bruder, was hast du für Gym-Block-Türsher? Hier, rede mit denen Ja, Bruder, reicht Die sind, die machen Tore Reicht mit deinem Lustigsein, du Quatsch, du Masardi Guck mal, was willst du, Bruder? Ja, ja Bist du doof? Ah, faul Fuuuul Ich glaube, es geht immer gar nicht in Gang Ja Ah, Bruder, das treibt doch nicht, Bruder Du bist doch noch faul, Bruder Falt mich, faul? Ja, bitte, ich spiel nicht mehr Schau auf meine Mutter, was ist das gerade, ja? Ich kann dich auch auf den Boden schmeißen Du denkst, ich bin krass Geh mal her, das zählt nicht Hast du gespuckt? Nein Spuck Ah, Juno, fang doch an, Bruder Brauchst du ein Bilderbuch, oder was? Schmetter Komm mal her Ich spiele was los mit dir Ich spiele was los mit dir Wenn du ein Name bist, kommst du jetzt her Komm mal her! Ich hab gesagt, du kannst her! Komm mal her, Bruder Ja, komm her! Jetzt bin ich hier! Jetzt willst du mich sehen? Ich bin der türkische Backlava-Verkäufer Komm mal her, Bruder Was machst du da? Ah, sag mal leise! Jetzt hast du aus der Jacke gebracht, wie geil! Ja, sag doch mal leise, für zwei Minuten, Mann! Der muss anspannen, oh mein Gott, der Arme! Der muss anspannen und einsaugen, damit das zugeht Ich schenke dir den Punkt, 5-2, komm! 5-2 So geht der John Der John, der geht so Komm her! Los! Wie viel steht's? 5-4 Aus! Da geht's aus! Hier geht's doch mal raus! Ah! Ah! Fuck! Ja! Ja, willst du noch ballarmen, Bruder? Ich schau dir schon an... Also toll gemacht! Was da, Alter, wat? Was, was? Ja! Ja! Oh! Shit! Nein, 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 du kleiner Schwein, Alter Ich schauf meine Mutter ja Ich schauf meine Mutter alles auf mein Scheichstuhl Ich hab Cola am Auge, aber egal Wer hat die Prokult? Hüp hüp! Hüp hüp! Hilfe! Hilfe! Nö, irgendwas noch mal sauber hier! Zweite Runde, guck mal jetzt! 3...2...7... Ja, guck mal her! Ja, das spielt doch noch weiter! Was denn? Bruder, geh mal her! Scheiße, die Geist kaputt! Was machst du da? Ja, halt deine Schlesse! Ja, elf Meter, deine Oma ist in elf Meter, oder? Ja, elf Meter! Bruder, bist du bei Kars oder was? Ich hab mich doch auch gleich fest, du sagst, was ist los? Spucke nicht! Was, was, was los? Elf Meter! Boah, ist dein Opa Astronaut, was für ein Elfmeter, ja? Alter, die Kappe! Alter, als ich mich gerade fährst, hast du einfach Tau geschossen! Du, denn sebald ich will in die Hand hab ich schummeln! Alter, die Kappe! Hör auf zu schummeln! Mach doch das Fenster auf mich, ist heiß! Ist doch! Ich bin voller Cola, sei mal leise, ich zieh mich um! Was machst du da? Ich pack auf meine Später! Was wird denn? Guck mal, ja! Was, du, kannst du doch nicht machen! Was kann ich denn?! Bruder, komm, ja! Soll ich weggehen? Bruder, jetzt mal ehrlich, Bruder! Was bist du von der Lachsennummer, ja? Wenn ich auf deine Knie wache, bist du doof, bist du doof? Ist mir egal, Bruder! Ich achte doch, das geht runter! Ach, du hast doch mal gerufen! Geh runter! Ja, wirklich auch! Ja, drei, zwei, eins! Ja, Bruder, ich schuhe auf alles! Das ist klein aus, ne? Stopp! Warte, Kinder! Bist du doof, Alter! Wenn du mich runterwirfst, dann lass doch irgendwas los! Der wirft meine Beine runter und mein Oberkörper erst nach oben! Die ganze Zeit kickst du die Beine nur, ja? Ja, so spielst du! Herzlich willkommen! Ich spiel' ich auch so! Drei, zwei, eins! Da ist der Unterschied! Ja, jetzt sag Faul! Sag Faul! Komm, sag Faul! Du funzt die ganze Zeit, du Ekelassen, ja? Das stinkt, Bruder, ja? Ja! Guck mal, ich spiele! Was machst du, Bruder? Hier, was soll ich die Bisse? Was machst du da?! Bruder! Was machst du da?! Bruder! Was machst du da?! Jetzt mal ehrlich, stell dich mal hin! Ey! Was ist los? Du hast doch mal eine Eier gehauen! Komm mal her! Das Jimmy Blue Oxen-Knecht! Komm mal her! Zwei, eins! Jordan! Du nötest Social Media! Alter! Spiel! Drei, zwei, eins, Action! Los geht's! Los geht's! Okay! Okay! Du hast doch auch in deinen Eicheln geschossen! Bruder, guck mal! Das mach ich mit Unfair, ja? Okay! Was? Was? Ja! Wie? Ach! Boah, der Schwurr! Bruder, ich bin so katzhaft! Sammy, bitte lass uns gucken! Nein! Nein! Was? Nein! Jetzt rein! Ich sag dir mal, was Lattes hier! Was für ein Besslattes? Halt am Sitzel! Nö! Was? Was los? Bruder, ich sag doch, lass mich doch mal kurz ne Pause machen, ja? Wofür? Wofür? Wofür?! Wofür?! Ich kann nicht mehr! Ah! Ah! Was ist das? Du musst die ganze Wand erneuern wegen dir, ja? Du hilfst mir nie, ich meine schweren Zeiten! Was für schweren Zeiten, Junge? Boah, ich sag dir endlich auch nichts zu wissen, ne? Ja, du bist doch festlich! Du hast aber die ganze Heizung kaputt gemacht, ja? Freunde! Und da sagst du! Wetter ist es kalt! Bitte! Bitte! Ich hoffe, meine Mutter wegen der wir keine Heizung mehr! Ich hoffe, meine Mutter ist abgebrochen! Hier! Bitteschön! Können wir frieren, bitte! 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 Was machst du da? Aus diesem Tor hast du einen spitzen Winkel gemacht, ja? Spitzer Dreieck! Ich schwöre, das muss ja eigentlich ein... Das muss ein rechter Winkel sein, ja? Warte, warte, du redest schon so viel, Bruder! Ich brauchst du Sauerstoffflasche? Ich hoffe, den geht kaputt! Ich hoffe, den geht kaputt! Kaputt?! Ha! Freunde, meine Damen und Herren! A² plus B² ist gleich C². Hier seht ihr einen rechten Winkel, der über die Diagonale geht. Hier ist eine Parabel, die können wir auch zu der U-Parabel machen. Und die U-Parabel ist eine ganz wissenschaftliche Formel über die Diagonale binomische Formel. Die binomische Formel besteht nicht so... Binomische Formel! Sag mal leise für fünf Minuten! Die binomische Formel steht nicht so... Binomische Formel! Ja, was ist denn die binomische Formel? Die erste binomische Formel möchte ich mal wissen. A² plus B² gleich C². Was ist los? Das ist Satz, du bist Pythagoras! Nein, Satz ist Pythagoras! Was ist? Hypotenose plus Hypotenose... Nein! Kathete plus Kathete gleich Hypotenose! Was ist los mit diesem Schwein? Der Satz ist Pythagoras, stellt einer die Summe... Oh! Kathete... A² plus B² gleich C²! Jetzt geh mal binomische Formel ein... A plus B² gleich A² plus 2AB plus D! Okay Freunde, komm! Bis nächste Woche Energie! Chat! Ich brauch heute ein bisschen euer Support! 3-3! Wirklich dann! Danke an alle, die folgen! Wir haben einen Freitagabend! Ihr seid trotzdem alle auf Twitch! Freunde! Ab nächste Woche Montag... Wir müssen auch mal wirklich... Sag aber keine Tage! Ich sag keine Tage! Aber wir versuchen einen neuen Win zu machen! Länger zu streamen! Mal 2, 3, 4 Stunden! Mit paar Leuten zu streamen! Neue Formate! Es ist alles geplant! Ab nächste Woche Montag geht's los! Ey! Sollen wir jetzt einfach mal drei Spiele gebaut, um zu zocken, Alter! Ich schwöre! Seitdem wir spielen hast du den Ball! Ich hab noch nie gesehen, dass ich angefangen hab! Was da?! Ich trappe jetzt auf meinem Fuß rum! I-A! 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 Mein Musikknochen! Ich schwöre, mein Musikknochen! Ey! Bruder FBI! Open the door! Open the door! Das ist kein Fußball mehr! Das ist kein Fußball mehr! Was machst du da? Da ist erst auf die Kugel! Bist du doof? Was machst du da? Was machst du da? Was machst du, John? Ich bin Traff Dracula! John, pass auf! Ich schwöre auf meine Mutter! Ich schwöre, die Leute denken, wir haben eine Beziehung, ne? Ich schwöre auf meine Mutter! Die Leute schreiben, ey! Glaubt ihr, dass die beiden zusammen sind? Ich schwöre! Hau mal ab von mir! Nein! Ey! Da kann ich mit diesem Typen niemals irgendwas anfangen! Guck mal! Das meine ich! Der Typ ist nicht mal gemacht für Frauen, Alter! Guck mal! Es geht weiter! 3, 2, 1! Ja! Ja! Ich hab Ehr! Ich hab Ehr! FC Jordan! Stern des Südens! Ja bitte! Wir lieben Schweine Würstchen! Was nervt mich! Komm, letzter Tor! Bitte feuern mich! AAAAAAA! Du bist doch nass! Oh mein! AAAAAAA! Amolimio! Oh nein, 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 nein! Scheiß drauf, Dicker! Scheiß drauf! Das für meine Mallorca-Lieder! Hat nicht geklappt! AAAAAAA! AAAAAAA! Halt dir zu! Heiligkeit und Recht! Was machst du? Halt deine Kappe, Mann! Du hast mein ganzes Sturm voller Cola gemacht! Ich setz mich garantiert nicht da drauf! Halt da! Mach deinen Deckel zu! Ich mach gar nichts, Bruder! Was machst du? Mach deinen Deckel zu! Juhu, wenn du nicht zugehen willst, dann geht dir nicht zu! Du geh zu! Nur weil du verloren hast, du Loser! Ich hoffe, das ist letztes Jahr alles ausgelaufen wegen dir! Guck mal, wie hässlich! Du hässlicher Paket, Alter! So ein hässlicher Schweinkopf! Du siehst aus wie ein Seifenspender und Ritz! Bin ich! So sieht Siege aus! Schalalala! FC Mallorca ist einmal im Jahr! Also Bart ab, sagen viele! Nein, das machen wir beim FIFA-Match! Das hier nur! Nein! Ich hab doch kein Bart! Die ist auf meinem FIFA! Nur das hier! Nein! Ich bereite jetzt was für dich vor! Und ich habe mir geschworen, ich werde heute Gas geben, weil erinnerst du dich an gestern? Alter! Ich möchte Mutter! Du hast mich gestern manipuliert! Mein Vater hat gesagt, sag mal ehrlich, bist du ein Hund oder eine Katze? Mhm! Ich schwör auf meine Mutter! Okay! Ich merke mir das, aber ich schwör auf alles! Ich schwör auf die Community! Ich schwör auf alles, was es auf der Welt gibt! Boah! Der schwör auf die Community! Ich schwör auf alles! Ich bin immer noch ein netter Mensch! Und ich lass immer bei den Bestrafungen, mach ich immer nur noch das harmlose... Was?! Alter, bitte ja! Du lässt mich ein Ballerina-Kostüm anziehen! Halt deine Katze! Und jetzt sag ich, der soll das anziehen! Der sagt, ich bin ein netter Mensch! Halt deine Katze! Der Savi zieht jetzt das Ballerina-Kostüm an? Ich hol dazu noch sein Getränk, weil das... Ich seh das schon in meinen Augen! Wir wollen morgen oder die Tage auf eure Edits reagieren, die ihr über uns macht! Deswegen, macht Edits, postet die auf TikTok, wie ihr reagiert drauf! Aber ist jetzt auch scheißegal, ne? Wenn du ein Outfit anhast, sagt Bescheid! Zufälligerweise wurde eine Shisha geraucht! Wir distanzieren uns natürlich davon! Oh, Freunde! Und ich würd' sagen, der Savi säuft hier gleich erstmal das liebe Shisha-Wasser! Seht ihr, da ist schon Schimmel drin! Du kommst mit dem Song rein, dann mach ich ihn aus, okay? Wir machen nur den Eintritt! Freunde! Herzlich Willkommen! Für unser Bruder! Sammy Jackson! Du Spasti! Guck mal, seine Minecraft-Socken! Und dazu zieht Lakeens! Geh mal ein bisschen zurück! Da springt er ein bisschen hoch! Eintritt! 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 Mach doch deine Bestrafung, bevor ich dir ne Gabel in den Arsch steck! Tanze doch mal! Mach mal, tanze doch ein bisschen! Ich sag's wie du fein! Das ist Tritschuh! Eintritt! Eintritt! Jetzt noch eins, schau's! Schau's, schau's! Ein Tornado! Bah! So, ich sag's, Bruder! Ein Tornado, komm! Warte mal! Die sagen alle, das ist giftig! So gemein möchte ich auch nicht sein! Dann machen wir das lieber nicht! Ich mach jetzt ein Bild von dir! Und poste das in deiner Story! Oha! Nein! Story! 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 Von 100 Spiel hab ich 99 verloren! Jetzt möchte ich mal Spaß haben! Boah, wie schau's! Ich hab Brusthaare! Das passt nicht miteinander zusammen! Das geht nicht! Jetzt, jetzt, jetzt! Tanze, tanze! Richtig, bitte! Tanze! 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 Raus! Okay, ich mach nur ein Bild! Ich mach nur ein Bild von dir! Ich mach nur ein Bild von dir! Freunde! Der sieht aus wie Jim Knopf! Ich schmer's dir! Hier habt ihr ein Bild! Jetzt machen wir aber nochmal hier ein Screenshot! Ja! Hahaha! Ja! Schrei mich an! Hahaha! 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 Scheiße! Ich hätt schon mit David Musik machen müssen! Am Montag wollen wir auf jeden Fall anfangen länger zu streamen! Es werden bald ein paar saftige Streamer kommen! Oder wir werden mit Streamern was zusammen machen! In dem Sinne würde ich sagen, geiler Stream! Wir sehen uns morgen um 20 Uhr! Da machen wir ne kleine Minispiele! Also alles was ihr kennt im Mini! Alle einmal Hashtag! Save me the Barbie! Hahaha!